Israel hat die UN-Resolution zur Lage im Gazastreifen heftig kritisiert. Diplomaten nannten die Entscheidung verabscheuungswürdig. Die Vollversammlung hatte mit großer Mehrheit eine sofortige Waffenruhe gefordert. Die Hamas und ihre Geiseln werden mit keinem Wort erwähnt. In Rom haben tausende Menschen für Frieden im Nahen Osten gebetet. Das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, sprach in seinem Friedensgebet vom Wahnsinn des Krieges, der Tod sähe und die Zukunft auslösche. Er erinnerte daran, dass alle Menschen Verantwortung trügen für den Frieden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017